Das Körperformen ist sicherlich einer der häufigsten Eingriffe, die wir hier bei uns anbieten und auch mit sehr hoher Nachfrage belegt. Und die Zeichnung auch bei dieser Patientin erfolgt. Die Zuschauer kennen das ja bei uns bereits mittlerweile, wie wir die OPs auch durchführen, aber auch wie wir die Planung durchführen hier. Vor allem die Rippenbereiche und die Mittellinie. Bei Frauen werden wir keine Sexwegs durchführen, aber die schöne Körperkontur darstellen.